Hallo liebe Freunde unseres Kanals. Diese Ananas kennt ihr ja, die habe ich auf dem Grundstück gefunden und hier gepflanzt. Diese Sorte hat viele Dornen und die Farbe, wie ihr seht, ist silbrig, bisschen rosa, braun und die Blätter haben eben rechte Dornen. Und im Supermarkt gibt es ja auch Ananas, die sehen ein bisschen anders aus, die haben ganz grüne Blätter und keine Stacheln oder Dornen. Deshalb wollte ich natürlich aus einem Ananas aus dem Supermarkt auch eine Pflanze ziehen. Hier habe ich eine, die ich schon vor drei bis vier Wochen präpariert habe. Ich habe einfach die Krone oben abgedreht, anschliessend die kleinen Blätter alle entfernt und dann in Wasser gestellt. Das Wasser muss vielleicht alle zwei, drei Tage gewechselt werden. Und jetzt sieht man da, wie sich kleine Wurzeln bilden. Sie sind noch kaum sichtbar, nur die kleinen weissen Punkte. Aber irgendwie habe ich der Geduld nicht im Wasser und ich befürchte auch, dass sie im Wasser schnell fault. Deshalb habe ich mich entschieden, diese Ananas jetzt auch schon in die Erde zu pflanzen. Und das werde ich jetzt hier tun. Noch ein bisschen Erde dazu. Danach natürlich gießen. Das Wasser sieht bei mir ein bisschen komisch aus, weil ich es aus unserem Wassertank hole und da ist die ganze Oberfläche mit Wasserlinsen bedeckt. Deshalb habe ich jetzt hier auch grünes Wasser. Ja und jetzt hoffe ich, dass diese Ananas hier weiter wächst. Ich werde sie in den Schatten einstellen und einen Baum einstellen und einen Baum, wo ich schon viele andere Pflanzen habe. Dasselbe werde ich auch mit diesem Strunk tun. Ich werde die unteren Blätter alle entfernen bis vielleicht hier und anschliessend direkt in die Erde setzen und sehen, ob das auch funktioniert. Diese Blätter werden entfernt, weil sie sowieso faulen würden in der Erde. Wenn ich mir den Strunk jetzt so ansehe, sehe ich aber auch schon braune Punkte. Hier, ich bin nicht sicher, ob das gut geht, aber ich werde es jetzt versuchen. Ja, ich habe gelesen, die Ananas, das ist ja so geplant von der Natur, dass das Tier die Ananas nimmt und frisst und dann den Strunk oder irgendwo die Blätterkrone irgendwo fallen lässt. Und geplant ist dann, dass die dann auch weiter wachsen könnte. Deshalb sollte das funktionieren. Aber diese Ananas, die ich jetzt da gestern im Submar gekauft habe, hat da schon ein bisschen braune Flecken. Ich werde es trotzdem versuchen. Und dann, abzess mich den Tod . Und dann, ab, auf, auf und dann ab, auf. Also, ab, auf. Da noch viel ist es. Die kommt auch zu der anderen. So, da sind sie und die beiden, die gestern gekaufte und heute eingesetzte und die vor einem Monat gekaufte und in Wasser gezogene und nun eingesetzte Ananas. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.